Der Kurs Testamentvollstrecker über JuroDirect kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der sich in dem Gebiet oder auf dem Gebiet weiterentwickeln möchte. Einmal über den Generationenberater und dann eben die Weiterentwicklung als Testamentvollstrecker. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, in dem Thema zu bleiben. Das heißt also nicht jetzt das mal machen und dann eben nichts für machen. Und was schön ist, weil das Thema doch etwas umfassend ist, dass man einfach das nicht an sechs Tagen hintereinander macht, sondern einfach diese Aufbereitung auf diesen jeweils zwei Tagen innerhalb von acht oder von zwölf Wochen, wie das jetzt über JuroDirect war, war eigentlich sehr, sehr gut. Was schön war, die fachliche Unterstützung mit dem Rechtsanwalt, mit dem Steuerberater und natürlich auch die Führung von Herrn Zierwig. Wunderbar, wie immer. Oder?